läuft jetzt auch für youtube die leute dies verpasst haben ich kann doch schon erzählen hinsichtlich zwei pc streaming wo wir es läuft schon auf dem zweiten pc aber noch nicht so stabil wie ich mir das wünschen würde und jetzt muss ich nach und nochmal gucken wie ich die daten rüberkriege dass das so sauber läuft wie ich das gerne hätte wäre jedenfalls schön dann können wir hier nämlich noch die grafikkarte ein wenig entlasten und noch eine power für die spiele und können auch mal anderes noch zocken worauf wir bekommen da kann so der tag beginnt jetzt glaube ich noch die antenne zu bauen hat uns ein doppelbett mitgebracht wie gern wird jetzt durch den regen laufen hätte ich jetzt viel mehr Bock drauf aber bitte drei häuschen und da habt ihr noch so wie geht es mein lieblings film ok haben wir da terry nicht vergessen zu knuddeln und noch kurz bei unseren beiden freunden so haben wir das als nächstes zu den pflanzen liegt aber überhaupt nichts an wie es der bienchen ich hoffe es geht dir bei diesen schönen temperaturen da draußen gut und du hast einen schönen tag alles so schön ach genau hier waren wir noch beteiligt irgendwelche gerüchte alisa hat schwierigkeiten da sind wir gerade dabei eigentlich an ihrer quest aber wir gucken trotzdem was sie auf dem herzen hat so stern stoppen irgendwie den ersten tag für wir reinladen sind die stern stoppen da man muss sie einfach lieb haben man muss sie einfach lieb haben alisa was hast du ne blaue wachsen aber ja ich guck mal nicht weh ich bestimmt hier auf der tür aber ob du den noch gebrauchen kannst hier im regen ich weiß ja nicht dann kann ich nichts versprechen mehr wenn wir den finden der könnte dann dezent schrott sein grüß dich herzlich willkommen ja es steht doch immer 50 fps das ist korrekt auf dem anderen pc habe ich schon auf 60 hochgestellt aber hier habe ich noch nicht verwendet werde ich wie gesagt auch noch machen wenn ich so zu weit habe ich habe gestern den nachmittag dafür verwendet den zweiten pc soweit mit obs erstmal zu bestücken und da habe ich gleich auf 60 fps eingestellt erinnere mich wenn du mich zum stream ende daran erinnerst werde ich dann auch gleich nach dem stream einstellen kann aber sein dass ich dann wieder vergesse so er ist klar natürlich bekommen einen augenkrebs davon natürlich wenn ich nicht sehen würde wie das aussieht dass ich das sehe dass das von den kanten her sieht es eigentlich ein bisschen schöner aus als bei mir kann aber auch daran liegen dass es ein bisschen gestauchter ist weil er das bild ja bisschen kleiner macht das ist ja nicht vielen dank möglichen muss man schauen was schönes machen das musst du tun das ist richtig so ich gucke mal ganz kurz was die funk antelle bedarf zwei bänke ein das ist ja jetzt nicht viel wenn ich die größe sehe ist das auch überschaubar außerhalb des dorfes sollte das hingebaut werden ich hätte sie am liebsten aufs dach klatscht aber das will sie ja nicht und ein funk mast bietet sich eigentlich auf einem berg am besten an oder was meint ihr unsere spielothek können wir dann immer noch bauen kommt das ist schließlich ein funk master machen wir oben auf den berg ja okay der weg ist natürlich ein bisschen steinig und schwer hier dass die höchste stelle muss man wahrscheinlich ein bisschen was abtragen und jetzt was wir gehen sogar noch zwei reihen runter gehen noch zwei komplette reihen und funk was dann gewohnt sind das dann ja das möchte aber lisa nicht die hat gesagt weit weg vom dorf soll der stehen und man hört ja ab und zu oft dass das frauen sagen die tonung liegt auf das wort ab und zu so niemals sagte er und bekam einen leichten schlag von der rechten seite so okay zwei zwei bänke fünf fass ein funk mast zwei bänke fünf fressen wir haben jetzt mal lisa story kurz vorgeschoben aber sie kriegt auch trotzdem bestimmt alles mit auch wenn sie gerade in der küche ist und für den lieben göttergarten etwas zauber hinzauber so zwei bänke fünf fässer haben wir gesagt ne fünf fässer haben wir hier glaube haben wir die letztes mal verkauft wir haben oben glaube noch welche aber bänke nicht bänke brauchen wir also also da machen wir das so so das funk mast eine straßenlaterne die haben wir 4 kleine zahnräder und brauchen wir zwei Blech hier klein, eins zwei drei hier und montieren nee das war auch stitzen so erst ein großes Zahnrad und so einen großen Zahnrad machen wir ein kleines Zahnrad okay jetzt weit wartet die da hin da kommen jetzt die kleinen Zahnräder draus können die auch gleich rüber tun dann muss montieren so nun den Zahnrad da okay wir brauchen nochmal zwei kleine Zahnräder und zwei Sterngelee also nochmal vier Stück da so dann ja dann ja da oben das sollte man kochen dann haben wir das jetzt fehlt noch magische Antriebsfelder das war Metallband plus Sterngelee also vier Sterngelee nehmen wir nochmal mit und acht Metallbänder dann war das montieren und dann war das montieren wo ich gerade noch ein Zeug hingetan habe und jetzt müsste das vor allem Straßenlaterne zum und da ist der Funkmast keine Ahnung wie groß der ist achso die Fässer fehlen noch halt die Fässer noch die Fässer noch wie haben wir gesagt Sechser das reicht ja gerade so und noch was mit Moment noch ein paar Lämmchen mit Ares 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 so machen wir eine Markierung an okay ich habe es erwartet, das Ding ist ein bisschen höher oder soll das vielleicht sogar mit den Fässern sein, dass das Sinn macht es halt gut isoliert das Ding ist doch ein Stern obendrauf, oder? ja 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 ach, die Lampen sind 1-0 dran, Moment hörst du gar nicht der Spruch wird nie alt, ich weiß ob man das vom Dorf aus sieht, na gut, das Ding leuchtet selbst nicht, schade ich hatte jetzt gehofft, dass das Ding vielleicht selbst ein bisschen leuchtet aber, ne hier sieht man es aber ansonsten nicht gut, Alisa, meine Lieber wo bist du? hier nicht wir fangen schon die ersten Meldungen ab ausgezeichnete Arbeitrolle ich wusste doch, dass ich mich auf dich verlassen kann null kann man nix, während wir die Marktherrschaft an uns reißen vielleicht kriege ich ja sogar mein altes Geschäft wieder von diesem gierigen hm 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 wie auch immer, ich muss dir wieder danken Rolle ohne dich wäre das nicht möglich gewesen hier ist nur ein kleines Zeichen meiner Bewunderung mein unsterblicher Dank ist dir auch sicher wenn du zuhause mal Hilfe mögst hast, du weißt wo du mich findest komm einfach vorbei und sag Bescheid wie hat sie denn jetzt genannt, das will ich jetzt wissen von dem gierigen alten hm 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 ok so, Alisa ist abgeschlossen dann bleiben jetzt hier langsam nicht mehr viel übrig wir nähern uns dem Ende ok, da brauchen wir aber heute jetzt nicht weiter bauen wir können erstmal schlafen und am nächsten Tag bauen wir weiter so und das Spielhalle na da ist auch der Sam, na herrlöchen herzlich willkommen ich bin Nein, 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 nein. wurde schon geknödelt eigentlich muss man einen zweiten Token stellen, weil es sind ja zwei und wenn einer auffrisst hat der andere nichts mehr. Müssten wir mal gucken, dass wir noch einen zweiten kriegen. So, Sterngelee, Meier, Milch, weg. Cut. Und welche Gerüchte? Rosemarie. Rosemarie ist aber schon erledigt, die bringen wir uns jetzt nix. Wir machen es natürlich trotzdem. Na, Frau Mven? Okay. Gucken wir mal zu Rosi. Ja, wenn wir bei Rosi sind, sind wir so wie so in der Tierhandlung, da kann man vielleicht einen Trog gleich kaufen. Wäre vielleicht gar nicht so verkehrt. Motorosi? Ich guck kurz nach. Katzenhaus? Ach, Kaninchenhaus, wir können jetzt wirklich ein Kaninchen haben. Ich guck bei der Suche. Los mal, wie es ist erledigt, da brauche ich mich jetzt nicht hinstellen und zwangsweise einen Karottenkuchen backen. Ich guck mal, ein Kaninchenhaus können wir uns holen. Einen Kaninchenlaufstall haben wir zwar noch nicht. Einen Kaninchenhaus haben wir jetzt. So. Dann schauen wir mal, wie wir unsere... Weißt du, wie alt dieser Spruch ist, Fini? Weißt du, wie alt der Spruch ist? Den kenne ich doch aus meinen Jugendtagen. Das war noch so. Achso, das Grundgerüst hat aber sogar schon fertig. Wir wollten jetzt das Flachdach reinziehen, ne? Erstmal reinkommen hier in den Streamer und erstmal den Streamer mobben. Ne, das haben wir gerne, ne? Bin nur auf den armen kleinen Streamer. Der kann überhaupt nichts dafür. Wart ihr mal danach. Naja, klar. Naja. Kenne ich das anders von euch? Nö. Hi, Ren. So. Ähm. Also, ich hab Hosen an. Das werde ich dir aber jetzt nicht zeigen, mein Lieber. Auch wenn du das gerne sehen möchtest, ist mir schon klar. So, das heißt, wir können das theoretisch wegkommen. Wir hatten doch noch den grünen Spielautomaten. Hättest du doch irgendwo hin getan, ne? Oder hättest du den jetzt schon verkauft? Hättest du das? Hättest du das? Vier Spielautomaten, egal welcher. Ein Tisch, vier Stühle, ein Minispielautomat. Was? Schön, das ist nicht zu warm. Achso. Mit der Hose. Oh doch, ist es. Oh doch, ist es. Wow. Man kann spielen. Okay. Machen wir dann, wenn wir das Ding fertig haben, dann gucken wir uns das Spiel an. So, ich würde hier noch eins. Warte mal, wie passt der hin? Eins. Zwei. Zwei. Drei. Drei grüne. Möchte halt von jeder gern so drei hinstellen. Sollten ja viele Leute rein können. Also machen wir noch zwei grüne Spielautomaten. Zwei grüne. Habe ich das gerade richtig gesehen? Der braucht Knauf. Knauf haben wir, glaube ich, gar nicht. Haben wir Knauf. Vanille haben wir. Glasscheiben. Könnten wir welche gebrauchen. Kabel reicht. Kabel reicht. Nägel und Glasscheiben. Können wir mal 100 Stück holen. Nägel und Glasscheiben. Wieso? Ja. Das ist, wenn man mit dem Pushler noch am T-Shirt hangen bleibt. Nägel. Ja. 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 Glasschein und Knäufe, die sind relativ teuer aber egal, wir haben ja es, wir haben es ja Dicke. Die wollen, die wollen. Ok, wir brauchen 6 Blächer, wir brauchen 12 Blächer, 2 Glasscheiben, 10 Kabel. Und 4 Nägel. Ach, das ist bloß der Spielautomat, verstehe. Jetzt kommt nach dem Sockel für Spielautomaten, 3 Kabel, also 6 Kabel, 6 Kabel, 2 Knäufe und 8 grüne Blätter. Warum rauscht denn das heute hier so sehr? Hört ihr das auch? Hm. Ja, ihr müsst das hören, warte mal. Warum rauscht denn das noch? Hier ist kein Windzug oder so. Hallo. Jetzt hört's auf. Moment, ich probier mal was, Moment. Zeit. So und jetzt? Hm, sieht schon besser aus. Und so? Ja. Ok. Man kann auch einfach sagen, man hat Durchzug und muss dagegen was machen. So, jetzt haben wir die grünen Spielautomaten schon. Quatsch. Weiß ich, gab es noch. Blau. Hier würde ich 3 herstellen wollen, also 6, 12, 18 Blecher. 30 Kabel. Und nochmal 12 Nägel. Und nochmal 12 Nägel. Erstmal zu montieren. 1, 6, 9 Kabel. 2 Knäuser. 2 Knäuser. Silf, blaue Blütenblätter. 3 Knäuser. 3 Knäuser. 3 Knäuser. 5 Knäuser. Was wollten wir noch? Bleche und Kabel. Selbst nach meinem Motorrad-Unfall damals habe ich immer noch meine Beine behalten. Die sind nicht ab. Ich weiß, das kann man kaum glauben. Aber es ist wirklich so. So, Bleche. Nur weil man die nicht sieht. Das hat den Grund, weil die Streamer euch nicht eifersüchtig machen müssen, wenn ihr seht, was die für stramme Waden und Schenkel haben. Da kann nämlich kein Normalsterblicher mithalten. Deswegen, um euch einfach da nicht eifersüchtig zu machen, das alles. So, 6 Bleche. Also wieder 12, 6, 12, 18. 3 Klarscheiben, 30 Kabel, 5 Nägel. Neun Kabel. 3 Knäufer. 3 Knäufer. 5 Rote. Ich habe meine strammen Waden, ja. Du hast den Neidig, das weiß ich. Äh, so wir brauchten noch einen Mini-Stuhl. Du warst heute in meiner Nähe. Inwiefern? Hast du mich gestalkt? Bist du schon so ein Fan, der mich stalkt? 10 Kabel. 10 Kabel. Jetzt 30 Kabel. 12 Nägel. Ah, und da hast du welches Tier gesehen, mit dem du mich beleidigen möchtest? Ringtier. Beine. Ja, was fehlt mir jetzt? Mein Kabel. Metallband. Metallband. So, da haben wir die auch. Und dann müssen wir noch mal gucken, wir brauchen einen Tisch. Hier gab es doch glaube ich so einen Gaming Tisch. Wenn ich den nicht schon verkauft habe, weil ich schlau war und so. Nördiger Tisch. Genau, das ist er. Schwarz-Weiß. Und noch irgendwelche Stühle. Nicht wirklich, ne? Kann man bestimmt was bestellen, was zu Schwarz-Weiß passt. Wobei die Grünen würden auch ganz gut passen. Eigentlich müssten es fast die hier sein für 3,8, aber 4. Du warst ja noch nicht bei mir, also kannst du das ja gar nicht einschätzen, oder? Mal gucken, haben wir vielleicht noch einen minimalistischen Stuhl? Also jedenfalls wüsste ich nicht, dass du schon mal bei mir gewesen wärst. Ein Katzensprung ist das nicht wirklich. Ist schon ein Stückchen hin. So, was wir aber noch gucken können, da könnte man mal nach einem Schreibtisch gucken, holen. Ja, das ist das Hellspiel im Farm-Fan-Rash-Wack-Farm-Fan. Das ist ja schon von der Beleuchtung ganz schön. Intens. Hilt da. Das sieht ja mal mega nice aus. Wir haben da Nummer 3. Das sieht ja mal mega nice aus. Und dann würde ich nämlich hier vielleicht nochmal, und wir nehmen die die Dinger nochmal ein Stück rüber. Dann können wir nämlich hier den Tisch und die Stühle hinstellen. Ja, das ist blöd, oder? Das Chefbüro, kriegt da noch einen Stuhl hin. Alter, das sieht so cool aus hier. Sie hat echt was. Das ist wirklich cool mit dem Licht. Das ist eine Spielhaltigkeit der Krieg. Da haben die Werte auch nicht genug aufgepasst. Meinst du, dass er wieder abgehauen ist? Das verstehe ich auch nicht. Dass sie ihn überhaupt rausgelassen haben, das ist ja noch schlimmer. Ich werde nicht frech sein. Ich bin es. Ich muss dich da halt wirklich enttäuschen. Aber das ist ja eigentlich nichts Neues, so. So, schlafe Zeit. Ich muss mich halt meinem Chat anpassen. Deswegen bin ich ab und zu mal frech. Ich kann gar nichts dafür, bin total unschuldig, was das angeht. Siehste, erinnere ich es genauso drauf. Ich muss mich auch nicht mehr machen. So, Hühnchen, wie geht's euch? Das ist kein Futter mehr, das ist ja eine Hühnerei, beinahe wäre es ja nicht, wäre es das Nachbargehege. So, nochmal nebenan, für euch, schön, dass es euch allen so gut geht. Ich hab euch auch was mitgebracht ihr Lieben. Wollen wir unser Kaninchen hier drinnen rumlaufen? Ne, ist das blöd. Das Kaninchen kommt hier hin. Ja, guck mal, hier kommt das hin. Und unser Kaninchen heißt Loki. Ich weiß noch nicht, was Loki frisst. Kann uns aber gerne auch Geschenke mitbringen. Habe ich nix dagegen. Unser Geld ist fertig. Und das ist dasydelbe. Schönen Siebchenklappen. Und ich werde auch mitgebracht. Dann bin ich jemals. Ja, Herr hat's gesagt. Und das ist ein Schieger. Und ich bin natürlich wichtig. Ich geb dich dazu. In genau dieser Sch fall. Und ich habe meine Liebenklappen. schon 55 stück das lohnt sich ja ihr dürftet noch nicht sein morgen erst okay so dann das erst mal ist hoch 8 8 ok noch eine question ja gut wir können wenigstens noch gucken ob es eine quest hat wo ich irgendwas hinbringen muss dann komme ich ja bei demjenigen weiter wo ich hingehen muss das hat er immer gemacht der sonne kitty vorbei schämst du dich nicht erinnern ja pinker briefs zu alisa machen wir klar ist einfach so vorbei der ist aber auch letztens im stream eingeschlafen das habe ich mitbekommen kam nämlich keine reaktion mehr der war dann auch noch derjenige der dann auf der auf dem stream weiter geschaut hat den ich dann gehostet hatte das hat sich mitbekommen arme kitty in gedanken sind wir bei ihr diesen faux pas den renny sich ertreistet hat allerdings dankeschön so jetzt hier fehlt es noch eins an wo ist der zweite muss der zweite er liest dich mit der kann sich nicht schämen da gibt es hier oben was schönes wir müssen mal kurz aufs dach hoch das von unten aus ja einheitliche schwarze kante wird damit kann ich mit leben da ja da 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 gewöhnungsbedarf das richtig aber einfallsreichst im zug auf eine spielhalle kann man das schon mal so machen da kann man das schon mal so machen da da habt ihr denn schon finde ich kratzen in 20 schon habt ihr denn schon wünsche für morgen vielleicht was sie gern sehen wollt weil er würde ich da nicht stark so machen das klar das ist aber planmäßig am samstag dran und mir ist nicht bekannt dass irgendjemand aufgezeigt hatte dass er jetzt nicht samstag könnte zumindest weiß ich davon nichts max von freunden ist klar dass ich raten der freund bist du und ich sage nicht es reicht nicht was sieht schon eng aus ich glaube der freund ist gerade bei das bett war umgegangen habe ich das gefühl bin ich gerade eins reingefahren 1 2 3 6 also fünf stück noch ok fünf stück wenn keins draußen mehr liegt 5 stück ok dann bräuchten wir vielleicht auch noch die solche neon röhren oder sowas die den raum wenigsten bräuchten hier ist nix lampe 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 also nicht das welche haben wir hin Joy den existierende kennst du Schauen wir mal in den Spiegel, dann wirst du wer nicht meine. Ok. Dann holen wir Shorts. Hier von 5. Und dann würde ich gern die hier nehmen. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Stück. So, die Stühle noch, dann müsste es soweit schon fertig sein. Ich glaube, dann hat man alles. 2, 3, 4, 5, 6 Stück. 1, 2, 3, 1, 2, ok. Hier ist es mit. Aber lieber so. Dann können die Leute nämlich in Ruhe dran vorbeilaufen. Gut, also kommt hier nur noch der Deckel drauf. Und das ist Jamie. Dein Haus ist fertig. Jamie? Oh, du wüsst es. Letztlich habe ich es selbst geschafft. Das meinte ich nicht. Super Rolle. Das ist perfekt. Dann kann ich sofort anfangen, die neuen Games zu installieren. Willst du das auch mal versuchen? Wenn du es schaffst, den Highscore zu knacken, bekommst du etwas extra von mir. Jawoll. Bin unterwegs. Ist das ein Quest? Ist das eine Quest? Ja, doch, das geht. Das geht, das geht. Da können die Karten ein Spiel spielen. So, gibt es hier andere Spieler? Die haben alles dasselbe Spieler. Oh. Was ist denn mit dem Mini Ding? Was macht der denn? Habe ich was nicht mitbekommen? Wow. Oh. 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 Ja, jetzt. Und leichts lang. Wer ist nix? Okay Farmrush Nee, Farmfanrush Ja, wie geht das? Ah Komm wieder, wenn was? Komm wieder, wenn du? Gehört jetzt meine Tastatur, es tut mir leid Das sind jetzt hier so Sprüche von Farmfanrush oder was? Komm wieder, wenn du da rum wett... Ah Ah Wie geht denn das? Du soll kein Geld mehr haben, oder was? Entschuldigung, dass ich meine Tastatur hatte, ich kann es jetzt gerade nicht... Ah, ich bin gleich tot No Okay Okay, und dann unter dem Stream noch nicht... Was? Was unter dem Stream noch nicht aktualisiert? Da ist doch gemütliche Feierabend-Streamstelle drin So, Wacke Farmfan Was ist das? Okay Okay Und Box Head Match Und dann Ich hab's... Körgelt damn Was ist zu wehiges draus, oder was? Was tut auch, den Box match Und dann kann gerade nicht so auf dem chat achten, ich kann mich gerade ein wenig konzentrieren ich kann mich gerade ein wenig konzentrieren es ist langsam schneller Mist, Mist, jetzt verbaue ich mich ja, jetzt können wir uns hey okay, war zu schnell okay wir haben alles einmal gemacht keine ahnung welches wir davon schaffen sollen von Jamie aus ich kenne die Highscore nicht super, das ging schneller als erwartet du darfst gespannt bleiben, ich habe noch ein paar größere Projekte in Planung, aber ich will jetzt auch noch nichts spoilern, wir haben zwar den Vorvertrag gehalten, aber das heißt noch lange nicht, dass alles in Tüchern ist, ich werde dich sicher bald wieder um Hilfe bitten, okay damit haben wir Jamie ein Stückchen weitergebracht, noch nicht fertig, aber ein Stückchen und wir können das alles hier schon mal wegräumen, fehlt hier nur noch die Deckendinger ein bisschen Beleuchtung hinten im Büro und dann war es das ein Stückchen Cecile haben wir noch keine weitere Aufträge gekriegt und müssen ja immer gucken, dass wir ihn bisschen leveln, dass die uns Aufträge geben. Das ist ja das Problem daran, wenn die uns keine Aufträge geben und wir nichts haben, mit was wir den ständig geben können. Ich habe bei Cecile auch noch nicht raus dürfen, was die gerne mag oder es mir nicht gemerkt, kann auch sein. Ist er noch ein Häufchen? Nein. Sof ich Entschuldigen Sie, ich bin nicht am Headset eingeblieben, darf ich euch sagen, dass hier drin, ah das war Quatsch, kuschelige 31 Grad sind. Es tut echt gut hier so schön in der eigenen Sauna zu sitzen. Er kann schon behaupten, hier hat jemand ein eigenes Sauna im Wohnzimmer, ne? Ja, 31 Grad haben wir sie gerade drin. Ja, es ist schon ein bisschen kuschelig. Dann kannst du dir vorstellen, wie warm es nächste Woche wird, wenn wir da 35 Grad draußen haben. Dann kann ich nicht versprechen, dass ich streame. Ja, genau. Wobei Wärme von draußen ist relativ, weil ich bin eigentlich froh, dass das Fenster offen ist, weil hier kommt kühler Wind rein. Sonst ist hier nämlich nichts mit. Problem ist halt, die ganze Wärme staut sich hier im Dachgeschoss. Halt bescheiden. Und dann der PC halt noch dazu, wobei der geht eigentlich von der Wehrabluft. Und das wird dann noch lustiger, wenn wir zwei PCs streamen. Dann wird es lustig, da laufen ja noch zwei PCs hier. Und statt fünf Monitoren laufen da wahrscheinlich sieben. Also das wird sehr, sehr interessant werden. alles zusammen oder hier bloß Gebäider? Das klingt ja, als würde es ein Date mit mir wollen. Sam, ich muss dich aber leider enttäuschen. Ich stehe nicht auf, Keala. Och ne, nicht den Ehenor, den kenne ich schon. Der ist ganz komisch manchmal. Aber das ist diskriminierend, dass du nicht nur Fenifixi und Müllwäsche noch mitnimmst. Die fühlen sich jetzt bestimmt voll ausgegrenzt und gemobbt. Dann bleibt der Ehenor zu Hause. Dann bleibt der Ehenor zu Hause. So. So, Honig müsste noch fertig sein. Und dann habe ich mir auch aufgeschrieben, dass wir letztes Mal bei den Rezepten mit D stehen geblieben sind. Dann können wir uns nämlich bei den Bayern rumtippen machen. Ach, das ist dir zu weit, ja? Also. Hast du das, Fini? Es ist ihm zu weit. Eine wahre Community trifft sich immer und überall, ja? So, einmal. Jetzt die Lampen hinnehmen. Und dann? So. So. Ja, einmal. Alles. Jetzt die Lampen hinnehmen. hier ins büro er ist ja für die kurse das habe ich jetzt nicht gerecht dass das eine blöde große ist und dann bleibt die mit ins laber ist kein problem wollen wir noch ein stern schnupfen ach jetzt fährst du da alleine ja klar du musst ja hinfahren sie abholen damit wir dann eis essen gehen können hier nur deswegen würden sie alleine mitkommen ist ja klar wenn wir noch mal mit wo bin aber was kirana hat schwierigkeiten die war schon abgeschlossene ich guck mal danach versprechen kann ich dir am nix kirana aber ich bin die socken finde kirana ich habe pinke socken gefunden nicht weglaufen nicht weglaufen fußballtore ne kirana ist noch nicht abgeschlossene kirana hat auch noch platz okay wir fehlten jetzt noch die frauen noch cecile wir können ja mal von holz an holz zu holen er ist fehlend rosemary ist fertig emilia ist fertig alisa ist fertig roman marvel warland ist fertig max fehlt noch jamie er ist cecile und frauen fänden es ist nicht mehr so viele und dass man so sieht es ist nicht mehr so viel ja so noch nicht fertig ne bei dir fehlt noch nicht was wo sonst ist das ziel da das hier möchtest du ein wenig honig ist es noch ein bisschen honig sie sich kurz geht weiter rolle ich habe vielleicht noch ein anderes problem aber keine sorgen ich habe live diesmal nicht fast in die luft gespringt oh und falls du dich wunderst ich habe ihn auch nicht erfolgreich in die luft gespringt es hat hat überhaupt nichts mit gleich zu tun also okay vielleicht irgendwie doch ein kleines bisschen aber es ist wirklich nicht meine schuld das monster hat schuld ich habe es nur erschaffen ich habe ihm nicht gesagt was es tun soll aber sobald das lebendig wurde ist er sofort aus dem labor gerannt und live begegnet ich habe in all den jahren noch nie jemanden so hoch in die luft springen sehen wenn ich doch nur meine höhen messinstrumente bei mir gehabt hätte aber das ist ein völlig anderes thema im moment müsstest du erst einmal ein weiteres geschenk an live ausliefern ich weiß auch nicht ob du ob er das überlebt live hier sind geschenke das hast du gesehen ein monster ein echtes monster ein geschenk jetzt vielen dank aber das ist wirklich nicht der beste zeitpunkt gibt es denn das monster in der stadt monster 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 ach ja fehlt auch noch studium ist kein monster ich sehe kein monster ich stelle mir klein mein schwert erstmal her du brauchst du glaube ich zwei stickies und eisen was ihm das geschenk gegeben damit wäre dann wenigstens eine last von meiner schulter gefallen und jetzt müssen wir uns nur noch etwas wegen meinem schöpfung überlegen Ich werde dir meine Ortungsgeräte geben, damit du kannst das Konzert aufspüren. Vielleicht hast du ja mehr Glück dabei, es zu räumen nach Hause zu kommen. Ein kleines Tipp, es wurde so entwickelt, dass es eine Schwäche für Süßigkeiten hat. Wollte ich mir nicht das Ortungsgerät geben? Wo ist das Ortungsgerät? Wollte ich meinen Chef mal auf deiner Karte sehen können. Vergiss dich erst, wo sollen wir diese Süßigkeiten haben. Da brauche ich wahrscheinlich Süßigkeiten in der Hand oder was. Da hinten. Okay, wir holen mal Süßigkeiten noch schnell. Es ist etwas Bläuliches. Ich weiß nicht, wie viel Süßigkeiten wir brauchen. Ich nehme erst mal ein bisschen was mit, was wir da haben. Und wir machen erst mal ganz schnell das hier. Zwei Gülde, ne? Ja, Sam. Leider bekommen wir nicht alle das, was wir wollen, ne? Und das Problem ist, wenn ich dir weiße Schokolade gebe, ja? Kann ich dir leider nur die Verpackung geben, weil ich liebe weiße Schokolade und das weiße Schokolade weg. Weißt, wie das, wie mein Wahlspruch ist, ne? Streamer beziehungsweise Rolle first. Kein normaler Mensch, halt freiwillig weiße Schokolade. Ich bin doch nicht verrückt sein. Wobei ich auch mal ne heiße, äh, weiße Schokolade getrunken hab. Das war nicht so meins. Das war mir too much Schokolade. Wir nehmen am Dich hier was mit. Keine Ahnung, wie viel wir brauchen, aber... So, wo ist er? Uh, das ist eine Fee wieder. Ist jemand mit Gesicht auf alle Fälle. Es ist jemand mit Gesicht. Wir nähern uns also ganz vorsichtig dem Monster. Wie heißt das? Ceciles Monster. Kommt auf die Stadt zu. Nein, rettet sich wer kann. Das ist bestimmt riesengroß und zerstört uns alle. Da ist es. Wow, die sieht aus wie die Müllfehl, bloß ein Blau. Nö, nö, nö. Nö, nö, nö. Lolli? Ja. Nö. Nö. Gefangenes Monster im Rucksack. Das war aber nett. Mit eben Lolli. Wollen wir Kirana gerade? Ne. Kirana mag nämlich auch Süßigkeiten, Matte. Wenn wir schon Süßigkeiten dabei haben, da kriegst du auch was. Die ist ja genauso schlimm wie ein Monster. Auf Süßigkeiten, wo auch mal besessen. So, Kirana, meine Kleine. Das wird Kirana. Das ist sehr lieb von dir. Kirana, zieht dich. Willst du noch was? Das ist für Kirana. Sehr lieb von dir. Noch was Süßes? Ja. Na komm, in Bonbons kannst du es noch kriegen. Jetzt. Okay. So, wir gehen nach Hause. Besser gesagt, gehen wir zu Cecile. Vielleicht hier noch einen schönen Auftrag für uns. Keine Ahnung. Das ist noch unser Hälschchen. Also, was ist es hier drinnen bestimmt? Was ist hier drinnen? Wer hat unser Hälschchen geklaut? Hm. Hier ist ich weg. Wo ist das hier? Zu Hause? Zu Hause. Max, hast du was zu erzählen? Nicht wirklich. So, ich will noch schnell die beiden Sternen stupfen. Für morgen schon mal. Die ist es gelungen, meine Schöpfung zurückzubringen? Ah, ich danke dir, Rolle. Du verbringst wirklich Wunder. Aber jetzt müssen wir immer noch irgendwie Schadensbegrenzung treiben. Max ist schon wieder ganz außer Sicht. Vielleicht könntest du dort beginnen? Jawohl. Wir sind der Peppel fürs Dorf und kümmern uns um alles. Wo ist denn der Max? Max? Er ist zu Hause. Hi Max. Das ist zu viel Rolle. Auch wenn wir eine Versicherung haben, kann ich nicht tatenlos zusehen, wie ein Monster durch die Stadt streift. Du musst etwas dagegen unternehmen. Es kann auf keinen Fall hier bleiben. Bittet von mir, dass sie uns verlassen muss, wenn sie uns nicht davon befreit. Jawohl. Das Ziel, schlechte Nachrichten. Du oder das Monster, entscheide dich. Wir können dich nicht behalten. Das habe ich befürchtet. Denkst du, dass wir es vielleicht an einen Händler verkaufen können? Ich könnte das Geld gut für meine Forschung gebrauchen. Wie wäre es, wenn du das mit ihm besprichst? Jawohl. Warum gehst du nicht selbst raus und klärst das? Wenn ich das denn echt machen würde, mach mal dies, mach mal jenes. Das wäre auch für bestimmte Tierhändler. Warte mal, reden wir mal mit dem Tierhändler. Du willst uns ein Monster verkaufen? Hast du noch alle Blumen im Top? Damit haben wir nichts zu tun. Du wirst nicht einen einzigen Murmler finden, der sich darauf einlässt. Danke, grüßt. Ich bin Prick. Ich verkaufe viele feine Bauern. Leif verkauft ja Leif. Bei der ist man schon so ein bisschen strange. Kein Glück, was? Nö. Leif hat mir in deiner Abwesenheit aber einen Brief geschickt. Anscheinend hat er sich von dem ganzen Trubel etwas erholt. Und es las sich so, als hätte er eine Idee. Könntest du vielleicht mit ihm herausfinden, worum es geht? Ich kann nicht riskieren, dass meine Schöpfung wieder ausbricht. Na gut, das ist eine Ausrede, die ich akzeptieren kann. Rolle, du einst nie viel froh, ich bin dich zu sehen. Ich dachte schon, Cecile würde als einzige vorbeikommen mit ihrem Monster. Ob du das nun glaubst oder nicht, ich kenne da jemanden, der vielleicht interessiert wäre. Ein Mann, meine Schwester hat eine Schwäche für seltsame Haustiere. Wenn du diesen Brief an einen der Händler überbringst, geben die es weiter. Die kommt schließlich ziemlich viel rum. Eine einfache Briefzustellung ist kein Problem. Wir können jedoch nicht garantieren, dass solche Lieferungen sofort ausgeführt werden. In manchen Fällen tritt sie nie ein. Aber wir geben unsere Bestes, um deine Anforderungen zu erfüllen. Dankeschön, wir gehen schlafen. Sind sie ja schließlich müde, nie. Ganz kurz die Leiter mitnehmen. Und jetzt ab ins Bett. Mit Mops-Geschwindigkeit ins Bett. Käpt'n, wir haben einen Marderschein. Ja, ich weiß, ich bin schon in Behandlung. Entschuldigung. Manchmal sind das so meine fünf Minuten. So, guten Morgen, liebe Welt. Riem ist nicht da. Aber du bist da. Wo ist Riem? Der Schadamkatz da rein. Zum Essen. Mein Essen ist drin. Riem ist schon ganz schön blöd, muss man sagen. Und da ist unser Kaninickelchen wieder. Das hat er sich vorhin bin. Versteckelt. So, ihr Lieben. Eins, zwei, hopp, hopp. Hopp, hopp, hopp. So, einmal Milch bitte. Braucht Milch für den nicht vorhandenen Kaffee. Das erinnert mich, dass ich morgen wieder Milch kaufen muss. Jogi. Aber ich will doch schwer schleppen auf Arbeit. Meine Dame, ihr fehlt schon wieder ein Ei. Wie oft ich es nicht alle beisammen habe, ist der Wahnsinn. Ach, diese Wortspiele. Der ist nicht da, Slamine. Merkst du doch, der schreibt ja nicht. Ja, der macht das wie du. Der lurkt bloß. Er ist aber faktisch nicht anwesend. Habt ihr was gemeinsam? Lurken wie die Großen, das tun sie. Auch das wäre eine Option. Wir reden mal mit Ceciel oder mit Live, je nachdem. Ne, keine Zeit, wir mitten im Stream. Und wie sah Laphis Idee aus? Seine Schwester, die würde ja nur zu gerne kennenlernen, wenn sie vorbeikommt, um Frankie abzuholen. Wir haben vielleicht noch nicht alle unsere Experimente, aber ich finde trotzdem, dass jetzt ein guter Zeitpunkt ist für deine Belohnung. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast, mir zu helfen. Niemand sonst wollte sich mit meinem Experiment befassen. Wir bist für eines Tages bereit, pro Band zu werden oder sogar Labormitglied. Wir könnten sogar das Labor zu deinem Zuhause verlegen, wenn du magst. Sag einfach Bescheid. Ich dachte, wir kriegen von Ceciel die Quest mit. Jetzt bin ich mit dem Teleporter, der mit der Seite finden. Jetzt haben wir Ceciels Wackenkopf bekommen. Aber nicht Ceciel, äh, aber nicht den, den Dingsy. Warte mal. Die Quest ist durch und es gibt dann keine Aufträge mehr. Das wird dann... ...hau ein bisschen blöd. Ja, viel lieb von dir. Ja, schön, dass Kirana mich sieht. Ja, wäre lieber, wenn Kirana mir Quest gibt. So, dann haben wir das noch. Dann haben wir noch einmal jetzt... Ich weiß nicht, wie wir jetzt an die Seite kommen wollen. Ich habe jetzt wirklich drauf gehofft, dass Ceciel die Lösung ist. Also ich bin jetzt ein wenig... ...geschockt, um ehrlich zu sein, weil damit habe ich nicht gerechnet. Gerade weil ihr ja gesagt habt, da musst du ein Kack... ...Ding rumliegen. Jetzt für dich. Oh, super. Danke, Rolle. Nein, noch nichts Neues. Ähm, bringen wir das mal noch zur Form, Fan. Das ärgert mich jetzt gerade sehr. Ja, du wartest ja, bis er alles fertig ist. Da kannst du noch ganz lange warten, wenn wir keine Seite finden. Und nicht wissen, wo wir Seite herbekommen. Okay. hmm little foamy come here ist dass es wirklich mehrere höhlen gibt und wir rennen die ganze zeit durch die falsche die nennt sich gerade noch keiner ist gut ich würde es noch mal probieren wir rennen noch mal in die mine das kann doch nicht sein dass wir nicht vorwärts kommen wir können seite finden wohin war sie online warum geht das teleporter ding nicht warum können wir das nicht freigeschaltet bekommen ich renne erst mal kurz zu riera hinterher und damit frag ich sie erst mal ob sie was hat ach wir haben vergessen um zu fragen ob er es ein quest hat hier hast du es angeblich mit einer katze angeln zu gehen und keinen ficht nach hause zu bringen gib also lieber nicht auf bevor du mir einen gefangen hast sonst bekommst du vielleicht glück auf hier wart essen habt ihr dann mitbekommen was jetzt hier gerade passiert ist fini denn das ist ja auch kein video chat da kannst du auch niemanden sehen wir haben gerade sessi ist quest abgeschlossen komplett und wir haben kein teleporter bekommen beziehungsweise auch keine seite sprich wir haben uns jetzt gequält dass sie es quest zu kriegen dann haben wir sie gehabt und trotzdem keine seite doch sofern du den wackelkopf bekommst müsstest du durch sein weil das ist das zeichen dass du deren quest abgeschlossen hast weil ich habe seitdem nie wieder deren herzen sind ja rot vollständig rot ist ja nicht so dass das nur ein bisschen wäre so der vollständig ich habe auch noch kein gesehen wo dann die stufe noch höher geht als das dann gucke ich jetzt gerade hier nochmal auf irgendwo die seite oder sowas irgendwo die seite oder sowas da sollten wir mal mit lampen her kommen so das zehende was hier ist einfach mal den ganzen raum hier ausleuchten aber es ist ja einfach nicht zu erkennen ob hier irgendwo was vielleicht versteckt liegt dann kommen wir nächstes mal mit magischem licht oder sowas her was schau mal rein bei dem was ich dir geschickt habe ja gut das kann ich jetzt nicht schauen ja ja gerade gesehen die wirst du nachricht aber ich will mich ja eigentlich nicht spoilern aber das ist halt das kann aber auch noch eine frühere version kann aber auch eine frühere version sein ne ich klicke mal ganz kurz drauf noch ganz kurz ja 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 oder das problem ist der hat ja den teleporter schon ne Moment. Ach. Hey, Leute. Leute, 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 Leute. Leute. Ohne Worte, oder? Ohne Worte. Muss ich wieder ausmachen. So hättet ihr das einfach mal sagen müssen. Das wäre die richtige Erklärung gewesen. Und nicht die ist in irgendeiner Höhle, in einer Mine oder sowas. Ja, jetzt kommen wir weiter mit der Quest. Das ist richtig. Aber ihr hattet das ja auch ganz anders erklärt, ne? Wie gesagt, ja, da haben wir uns kurz gespoilert, um zu wissen, wie wir da weiterkommen. Aber das hatte ich echt nicht aufstehen. Ist richtig. Ich wollte nicht gespoilert werden. Das ist vollkommen richtig. Aber ich wusste halt auch nicht, woher ich den Teleporter kriege. Ich dachte, ja, ich kriege ihn von ihr. Habe ich aber nicht gekriegt. Ich habe irgendwann mal eine Bauanleitung bekommen. Das habe ich nicht mitbekommen. Dass wir die hatten. Und dann können wir natürlich ganz anders rangehen. Ja, mit dem Teleporter. Ich hatte nur die Teleporter-Ferbedingung. So, egal. Wir bauen jetzt die Teleporter. Dann machen wir erstmal den hier. Ne, den haben wir gar nicht da. So, kleines Zahnrad. Drei Kabel. Zwei Erdblock, wo ich gleich wollen. Zwei Erdblock. Beim Kleber finde ich schön. Kleber, Kleber, Kleber. Haben wir ein bisschen im Stank. Und dann montieren. So, und hier oben hat man dann irgendwo noch die Fernbedingung. Damit kommen wir bestimmt wieder zurück. Leute. Lange danach gesucht. Ja, jetzt werden wir zur Seite kommen. Da also. Weiter. Wenn hier jetzt irgendwo eine Spinne auftaucht. Ich hau dich mit dem Hammer-Platt. Sag ich dir gleich. Wie hau ich sowas von platt? Das ist spinnig. Mag die nicht. Komm dir jetzt vor wie so eine Minecraft-Mine. Und das Schlimme ist, das sieht ja alles aus wie Spinneier. Ja, wir haben sie doch jetzt die Sider. Sam, wir haben jetzt Sider. Nein, jetzt nicht zu viel. Bibi. Nicht zu viel. So. Jetzt machen wir den Wagen. Äh, kombinieren. Acht rote. Acht grüner. Acht grüner. Hä? Achso, das war ich. So, jetzt brauche ich vier Glattes. Eins, zwei, drei, vier. Vier Leger. Eins, zwei, drei, vier. Einmal Lack. Das kommt. Äh, das ist wirklich der größte Braut, den du hast. Eins, zwei, drei, vier. Eins, zwei, vier, vier. den wagen haben wir schon ja ja alles gut und da ist der kleidungs war rolle hast du mal noch nein ich habe nicht nach emotes geschaut was soll ich schon da zu sagen der entzündigung dass ich nicht ständig nach diesen better twitch schaue es gibt für mich ein bisschen mehr als das wenn ich ständig darum zu kümmern ja irgendwann irgendwann oh es ist noch viel besser als ich was mir vorgestellt habe du hast sehr gute arbeit geleistet rolle dank des chats dank des stets jetzt musst du ihn aber nur noch irgendwo aufbauen platziere mein ladenschild einfach in der nähe des wagens rüstungsschmied und die kann direkt von zu hause aus fertig direkt von der tür ja das genau das was ich meinte rolle sehr gut bald kann ich allen leuten zeigen wie wichtig die freiheit des einzelnen ist mini wagen büschstier lass uns erst einmal schauen wie es läuft bevor wir uns vergrößern danke für all deine hilferrolle sobald ich meine wagen ausgelegt habe kannst du dich ruhig umschauen und am nächsten tag die 60 fps gab es mal ja ist ja jetzt nicht so dass es die hier noch nie gegeben hätte oder sowas sind wir erstmal mit der quest endlich weitergekommen vielen dank nochmal dafür finde ich aber du hättest auch einfach sagen können schau doch mal in deine bauanleitung ob ein telephoto dabei ist wäre ja auch eine option gewesen ach so aber egal jetzt haben wir was ungutes was 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 Das war's für heute. Was dann halt auffällt, du spoilerst dich halt selbst, wenn du das Spiel gerade selbst spielst. Was machen die Pilze vom Mond? Ja, die Pilze sind fertig, die Quest ist auch schon erledigt. Die sind zwar nicht größer geworden, ob die Quest ist erledigt. Ja, das glaube ich nicht. Das merkt man sich schon. Die Luftschiffs-Quest hatten wir doch schon. Hier hatten wir beim letzten Mal eine Luftschiff-Quest, wo ihr dann alle eingeschlafen seid. Da haben wir Luftschiffe gebaut, falls ihr das vergessen habt. Ich erinnere gerne nochmal. Luftschiff-Teile, ne? Das ist aber unverschämt, wenn du nur auch noch andere Spiele spielst. Das ist... Ne. Ne, das habe ich kein Verständnis für. Ich wollte nicht plaudern. Irgendwelche Gerüchte? Live hat Schwierigkeiten, ne? Live ist aber, glaube ich, erledigt, ne? Guck mal, kurz Stern stoppen. Stern stoppen. Bei Jamie und... Das Ziel ist erledigt. Paris? Wagen von die Mormor sind ziemlich abgefallen, oder? Ja. Möchtest du? Natürlich. Cool. Davon kann man nie genug haben. Ah, schade. Jamie? Nicht weglaufen? Ja, dann könntest du mal auch nicht. Ja, jetzt ein Ei haben. Ein Ei für dich, ja. Okay. So, was verkauften sie jetzt hier Schönes? Klamotten. Sieg, kauf, verkauften. Llamour, Jack, oder Rage, Shadow Legends, Spielhals, Staxx, oder WoW. Ja, man merkt sich das trotzdem gerade. Gerade solche speziellen Sachen, die merkt man sich dann schon. Glocken. Ähm, wo war die andere, der war hinten, ne? Farmfällen, möchtest du ein bisschen Milch? Milch? Milch. Ja. Die Leute halt ein bisschen was schenken, dass die uns mögen und wir dann hier in der Quest weiterkommen. Wer fehlt noch? Ria fehlt noch? Oder? Eris? Max fehlt. Max braucht man auch noch. Wie gesagt, für morgen müssen wir uns noch was einfallen lassen, was wir morgen zocken wollen. Ich stehe da jetzt noch wie ein Dulli XT bei meinen, bei meinen, ja, wie war das mit dem Größenwahn, ne? Der Größenwahn, der kommt von ganz alleine. Das ist für die Stadtgarten, ja, das ist für die Stadtgarten. Okay. Was, drei Jahre Ingame-Zeit schon? Ja, das wäre ein bisschen heftig, weil, drei Jahre vergehen doch lange, du hast doch ganz lange Zeit. Also, wenn du dann da noch keine Scheune stehen hast, ich meine, man holt sich erstmal eine kleine Scheune und dann nach und nach baut man um. So wie wir es auch gemacht haben. Na? So, wir sitzen hier, wie viel haben wir gemacht? Eins, zwei, drei. 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 Vier. Hier können wir mal vier. Na gut, vier ist blöd. Wobei doch das geht. Eins, zwei, drei. Das ist neun, das ist halt blöd, so eins. Müsst du dann hier hin oder so? Also eins. Hm, haben wir noch zwei Bäume? Bananen, Staudensamen. Eins, zwei, drei. Die braucht nämlich mehr Platz. Das war nämlich das, wo ich dachte. Ach, nach oben oder was? Ah, hier. Ja, hier ist es. Perfekt. Dann noch mal eine da hin. Und die andere Banane hier drüben hin. Okay, was haben wir noch? Von den anderen haben wir noch keine zwei. Was haben wir denn hier eigentlich? Warte mal kurz. Wir haben Birne, wir haben Mandarine, dann haben wir jetzt Banane. Was haben wir noch mal hier? Ne, Greenhouse, genau. Kirsche. Und Mango. Wie hast du dir den Bürgermeister vorgestellt? Du hast ihn doch im Spiegel gesehen, wie der so ist. So, was haben wir denn hier? Ja, noch haben wir Himbeerbusch, noch nicht Glaubeerbusch. Fürsichtbaum, Apfelbaum, Banerienbaum, die Büsche noch nicht. Kakao. Es geht um Lumberjacks, okay, Entschuldigung, bauen wir im falschen Spiel. So, geht der hier? Ja, der geht. Das ist jetzt 40. Das ist Zitrone. Das ist blöd hier. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Das hält blöd. Brossier, frei, Büsche, frei, Büsche, frei, Büsche...es�� knights. Krösisch hat man weg, Zitrone haben wir weg, die Matte, Kakao, Kiwi, ja theoretisch noch die hier, ne? Hm, das ist ja gerne hier, 1, 2, 3, frei, 1, 2, 3, frei, ne, das passt schon, muss ich was wir hier so sagen, dann können wir hier die Drachenfrucht machen, und hier drüben dasselbe, und hier noch Orangeling bitte, ne? Orangelingen, Orangelingen, und Limitae. Oder? 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 Und dann haben wir hier noch die Viererbäume, das sind Vierergröße, ne? 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2. Könnte man auch machen, indem man die Nebennade setzt. das so sagt, hier, nochmal zwei frei und nochmal noch. Sollte so passen, ne, genau, und hier drüben dasselbe, wieviel hatten wir jetzt freigemacht, warte, von vorne gucken, zwei, ne, eins, zwei und dann, ok, gut, damit hier noch ein paar bäume langsam mal entstehen, das grüner wird, soo, 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 und damit haben wir die bäume, das heißt wir können dann hier hinten theoretisch Melonen und Kürbis und sowas anpflanzen, dann können wir hier noch ein paar büsche dazu pflanzen und dann haben wir das alles runtergebracht, aber für Melonen und Kürbisse brauchen wir noch ein Sprinkler automatisch, damit wir die nicht wässern müssen, sonst ist das blöd. Gut, da können wir jetzt die baumsamen nehmen und die verkaufen wir einfach, die brauche ich jetzt nicht. So, haben wir das, ach, gießen wollten wir noch mal schnell, ne, nochmal gießen, wenigstens einmal. Cool, wie die Spielheile durchleuchtet. Gut. 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 So, gucken wir uns erst wieder um unsere Tiere. So, gucken wir uns an. Okay, noch eins. Aha, Francis ist abgehauen, das heißt wir brauchen zwei Fangkisten. Frag mich wie die ständig abhauen. Meine Cloud ist Tor, logisch. Okay, das da hin. Ihr gebt mir Bescheid, wenn ich wieder mitreden soll, ne? Ihr seid ja voll in eurer Welt versunken. Wenn du prima wegschleifst, sechs, fünf, fünf, sechs, sechs, fünf, 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 nachdem. Row an. Woh! 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 56 haben wir jetzt schon wunderbar wir haben die wolle mitgeschleppt ihr könnt ruhig bei dem thema bleiben alles gut nicht stört das nicht oder haltet euch alles gut so wie sieht es aus ausgehört schwierigkeiten ja ich war baden im eigenen saft zählt das auch so und gibt es denn dass die nimmer die avion gerade oder sowas ach da oben ist noch das letzte was kann was hast du auf dem herzen was wolltest du ich habe nicht gelesen pappkarton ja kannst du das herstellen bestimmt nicht das braucht niemand ok ja es ist schon richtig gehört also sprich nein war ich nicht so ich hätte gern einen pappkarton live hast du sowas und zwei fangkästen ein pappkarton wird gehen pappkarton musst du gehen pappkarton jetzt habe ich pappkarton was dauert das ne dafür kann ich ja nix dass du drei streams gleichzeitig schaffen hast so wir gucken wir gleich wer fehlt noch farmpland gehen wir erstmal hin möchtest du was goldenes meine liebe ja ja max ok war auch schon alles was du uns erzählt ok die wähl immer noch nicht wer fehlt noch jamie fährt ja ok da wähl immer noch nicht wer fehlt noch alisa fährt emilia rosemary morland oscar sroman aris und ria weil ich einfach noch nicht schwarzen so einfach da ist kein hexenwerk dabei einfach ich war noch nicht hat sich halt noch nicht ergeben ne richtig weil entweder ich bin auf arbeit oder ich bin hier bei euch oder ich kumme mich darum dass es hier bei euch schöner wird ja also daher machst du richtig so finny machst du richtig war auch glaube das letzte mal ehrlich gesagt vor zwei jahren waren gewesen also im see und so ria hast du ne quest für uns ja 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 ich weiß ok weißt du was dann gehen wir jetzt unseren tintenfisch fangen wir haben grad nichts zu tun dann gehen wir tintenfisch fangen wir haben jetzt jeden bisschen gelevelt ach ne kirana fehlt noch nehm deine frau mit nicht vergessen ne das kann ja mal passieren sam wir sind wir sind das jetzt kleines erstes kommt hinten weg zack das wäre schön gewesen aber leider nein ich kann nur den tintenfechern da fehlt uns nur noch die grüne zirka sondern haben wir das museum eigentlich vollständig haaren alle wer ist denn alle finifixi also du und möglich ist mir schon klar noch die kinder oder wie großeltern der enkel kinder nur wenn sie lieb sind da durftest du als kind nie mitgekommen sein zusammen oder ganze familienausflug so schön das ist schön ist aber nicht ein eigner ja bloß so weil ihr so ein mehrgenerationen haushalt zeit die Ich bin ja schon bei ihm aus Zitzen. Weiter geht's! Ich habe jetzt direkt hier die zweite Kette. Die Kette ist ja, eigentlich nicht so schön. warum bist du dann hier im stream anstatt im pool zu legen ich glaube jetzt nicht dass du mit dem handy im pool liegst und dabei und dass sie könnte gut werden das könnte was gutes werden es geht langer und könntet unser tintenfisch sein ja ja dass das streamer wieder schuld na klar tintenfisch wir haben ihn das war das letzte oder das war noch der tintenfisch kurz nach hinten fisch genau gut jetzt haben wir alles angeln erledigt jetzt fehlt nur noch unsere grüne zikade aber die müssen wir erst mal finden irgendwo ja fini die die entscheidung hätte ich dann auch gemacht einfach ins pool hauen den stream daneben bestellen und so was so gutes wahrscheinlich ist ein wlan kabel nicht so lang kann ja sein ja fini das war ja absichtlich dass ich das so gesagt habe ne das war ja vollkommen absichtlich hatten wir jetzt mit ria gequatscht ja hatten wir so da jetzt brauchen wir nicht mehr zum wasser rennen das heißt wir rennen dann nur zur ria laufen wieder zurück bis ria uns für eine quest gibt und dann kommen wir uns halt einfach mal ein bisschen um unseren garten dass wir noch ein paar bären pflanzen und so weiter denkt man das kann ganz gut was werden vielleicht das dorf ein bisschen umgestalten auch hier ein einfach einheitlichen boden drunter nicht dieses gefleckere hier dass das so aussieht wie bei uns wobei die haben keine pflanzen mehr keine blümchen und so bei uns gibt es hier wächst ja nichts mehr nach nachdem wir normale erde hingezimmert haben sieht halt alles sehr ordentlich aus so das werden wir das ist hier genau und dann bringen wir einen tintenfisch ins museum unseren kleinen klinik ich habe mich voll getintet ja gibt schon tolle filme so jetzt um die frage wo gehörte unser tintenfisch hin weiß ich hatte ihm irgendwo einen bereich freigelassen da gehört er hin so damals sind alle fische hier ausgestellt mit nur noch einen sekt so ihr beiden schlaf wieder her kommt jetzt wieder hier her und wehe haut noch mal ab dann gibt es aber ärger meine liebe ich überlegte noch gegen morgen was wir morgen machen könnten wir könnten was mit was leckerem machen wir könnten was mit was kalt machen ne staxe wird es nicht geben das ist richtig es muss was sein weil es wohl ein bisschen mehr austoben können welche spiele haben wir noch laufen ich weiß nicht ob hier die little big workshop was für den stream wäre dann ist ja doch relativ ruhig lumberjack habe ich nicht finde und außerdem ist es blöd wenn ihr schon die halbe story kennt was für wen ist wie mich das denn dann wenn ihr schon alles wisst und kennt und es euch in den fingern juckt zu spoilern weil ihr es unbedingt sagen wollt weil ihr alles besser wisst und ich wollte jetzt eigentlich noch kein spiel neu kaufen oder sowas wegen gewisse grafikkarte und sowas wegen gewisse grafikkarte und so jeder spielt anders das ist richtig welches spiel meinst du das was es jetzt gerade ab heute wieder kostenlos gibt habe ich noch nicht reingeguckt was es ist habe ich noch nicht gemacht welches ist es denn ja das ist richtig dass es nur und zwar nie ist aber wie gesagt ich habe mir erst die grafikkarte kauf ich will mir eine capture card holen nebenbei spare ich noch auf andere projekte es ist nicht so dass ich einfach sagen kann ich schmeiße das geld zum fenster aus egal wie viel es ist ach dieses spiel das knobelspiel hopp 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 ja genau genau das will ich ja verhindern dass dieses passiert ja das steht hier auch drüben auf der agenda als wunschliste dass ihr das mal geäußert habt gerade sagen finde ich möchte das spiel im ganz kleinen spielen deswegen xs aber wenn wir stachse durch haben dann würde ich schon was ähnliches wie stachse reinhauen habt ihr ja auch schon so meine idee ja ein reinspiel wäre auch nicht verkehrt wenn ich was gescheites da hätte lead for speed rivals zum beispiel wäre eine möglichkeit das habe ich auf alle fälle da ich meine ich habe es doch schon komplett durchgezockt aber man kann das ja eine neue karriere anlegen ist ja kein problem wenn man jetzt graveyard kiefer da gibt es keine nachfolge da gibt es ein dlc da gibt es ein dlc das habe ich auch schon auf der agenda stehen will ich noch holen wo du dann halt nicht nur den friedhof aufbaust sondern auch die taverne aufbaust irgendwie einen richtigen nachfolger von dem spiel kenne ich nicht ja das wäre auch was das aber wie auch wieder ein sehr langes spiel das wäre dann eher was was ich für für nach schlacksel aufheben würde solche spiele die hat sehr umfangreich sind weil wir brauchen ja auch die zeit dass wir das spielen können auch immer mal irgendwelche gerüchte piranha hat schwierigkeiten ok dann wollen wir gehen jetzt mal kurz zu ria also graveyard kiefer wäre eine option optional das spiel habe ich bis jetzt nur angefangen und da war es noch early access ich habe es auch noch nicht durch gespielt ja das glaube ich auch dass wir bald durch sind wäre jetzt optional wäre es vielleicht pumpkin days eine möglichkeit hier anzuschließen oder my time at portia wäre auch eine option da kann man sogar monster hauen möchte ich mal anmerken da kann man monster hauen und ist halt ähnlich geartet wie das müssen wir mal als erstes zum ria gehen damit die nicht immer so weit wegrennt ich habe kein teleport ich dachte man könnte dazu teleporter platten machen soll ich mich irgendwo hinstellen und dann zack teleportieren zum strand in die höhle in der mine da und da und da müsste nicht mehr laufen das natürlich dann kommen wir zwar nicht auf unsere 10.000 schritte am tag aber egal so ria warte mal miau ja möchtest du hier guck mal was schönes kaffee von ja geschenk dankeschön ok geht bei ihr immer noch nicht weiter ja wir sind durch denke ich mal wenn wir die letzten quest gemacht und die letzte wird bestimmt bei max sein könnte ich mir vorstellen oder bei farm fan weil farm fan hat ja mit uns auch angefangen hier ja ja satisfactoring könnte man im mp spielen das ist korrekt pinny wenn das jetzt wirklich kommen sollte pinny ja wenn das wirklich kommen sollte also hier im spiel in ufo bauen oder sowas dann wäre das schon wieder ein spoiler von dir gewesen was du ja gar nicht wissen kannst weil du das spiel selbst nicht durchgespielt hast steht auf der liste irgendwann mal vielleicht gerne im multiplayer mit jemandem mal schauen so wer fehlt wen musst du den musikern kirana hat das ja gesagt kirana ist auch gerade drin ne warte mal gehen wir zu kirana das ist halt immer das problem mit dem abstimmen wenn man mehrere leute mit rein nimmt das ist halt dass man das zeitlich hinkriegt gleichzeitig zu streamen das dann nicht immer ein einer er raus geht und so weiter und so fort das ist dann schon das ist dann schon ne 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 ist. So sind die Bohnen fertig und gerade Multiplayer, das hat sich halt bei ETS gezeigt. Es ist halt schöner, wenn man gemeinsam mit einem Spiel neu anfängt und fängt und sich nicht vorher schon Spoiler, was das Spiel alles hat und dies und jenes. Das war auch das, wenn ich mit Holgott, sag ich mal, zusammen damals ohne Stream gezockt habe und er halt privat für sich selbst weitergespielt hat oder sich einen neuen Spielstand angelegt hat und er dadurch schon viel mehr wusste, als ich zu der Zeit wohne. Und das möchte ich eigentlich zum Stream ungern haben. Das gemeinsame Erforschen der Spielewelt ist doch viel schöner. Meine Meinung. Welches Spiel ist denn aktuell kostenlos bei Epic? Wenn ich mal so fragen darf. Na, das Server ist immer, also wie gesagt, wenn es ein richtiger Server ist, ist das sowieso mal ein Problem. Warum gib mir eine Quest, Menno? So, wer fehlt noch? Ares. Ares hat noch schon eh was gegeben, weiß ich nicht. Ares, hast du was am Herzen? Hast du nicht? So, Serverstellen ist kein Problem, also wenn man das lokal macht, das ist kein Problem. Darüber können wir reden. Komm, gib mir eine Quest, Menno. Die sind aber kitzig, Leute. V-Me. V-Me fehlt noch. Ja, der Spielstand ist dann bei mir, das ist mir schon klar. Auch wenn ihr das Spiel dann für euch selbst weiterspielt, spoilert ihr euch ja und habt schon deutlich mehr Wissen, was ich ja nicht haben kann, weil ich mich nicht spoilere, weil ich das Spiel selbst nicht nochmal spiele. Ich spiele es halt nur im Stream. Ich spiele es halt nur im Stream. Mich verarschen. Wo ist denn hier? V-Me. Da bist du. Gut, und dir, Sam, äh, V-Me-Fam. Ich will noch nicht. Okay. V-Me haben wir live. Jamie haben wir erledigt. Okay. Ja, ihr würdet dann neu anfangen, für euch selbst privat spielen und sowas und dann kommt das eine zum anderen. Das meine ich damit, Sam. Das meinte ich, beziehungsweise, Fini. Jetzt siehst du, ich bin noch gar nicht. Egal. Wir können mal gucken, wie viele Beeren wir hier brauchen, wenn wir jetzt hier Beeren pflanzen wollen. Wie viel gibt es überhaupt? Vierer, ne? Blaubeer, Brombeer. Blaubeer, Brombeer. Brombeer, Blaubeer, Himbeer. Schauen wir mal bei live rein. Wenn es nur drei sind, müssen wir mal gucken, ob wir das aufteilen. Da ich das Spiel nicht habe, Sam, wird das nur eine Weile dauern, bis es dazu ist. Also spiel ruhig. So, was hatten wir? Brombeer, Blaubeer, Himbeer, ne? Brombeer. Hatte ich gerade gesagt. Hier ist Blaubeer, da ist Brombeer. Blaubeer. Brombeer. Im Brombeer sind die drei. Brombeer. Das ist Krippity-Ole-Mindsda-Boi. Hm. Eins, zwei, wie machen wir das am besten, wir könnten hier einen Hint pflanzen, ein, dann könnte man hier drüben den zweiten machen, und den dritten hier, könnte man bestimmt hin, mal gucken, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Das sind 7, 14, 21, 28 Stück. Und hier drüben das selber. Okay, und dann haben wir hier und das machen wir links und rechts dann einfach nach. Dann haben wir von allen 28 Stück. Viel Spaß in der Weine. So, 28 Stück. Jetzt nehmen wir das noch mal kurz mit. Damit wir wissen, wie viel wir von wem brauchen. So, das ist Brombeerbusch. Brombeer. So, haben wir 6, 28, wir brauchen also 22. Okay. Blaubeer. Auch 22. Und Himbeer. Habe ich nicht mal die Samen. Himbeersamen brauche ich. 18 Stück. Gucke ich mal, ob ich bei Live noch welche kaufen kann. Ja, UNO, das kann man mal so zwischendurch machen. Das ist doch nicht so für den Abend filmend. So. 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 Ich glaube nicht. Warum haben wir ein 22 geholt? Haben wir nicht gesagt, wir brauchen 28. Genau, es fehlen noch Sechse. Ich muss nochmal Sechse holen, ganz schnell. Es geht um Uno, aber ich glaube, das hast du nicht. Das meint er nicht. Im Schrank habe ich das auch, aber ich glaube, er meint halt das Original. Also das, äh, digitale Spiel. Und wir sehen uns. Woher, schuhe. Ach so, ist doch. keine ahnung ob ich die noch mal gießen muss dann so muss nicht gegossen haben ok gut du bist nicht im land wie weit fährst du denn weg wenn du nicht im lande bist da geht wieder eine etage runter das kann passieren aber da würde ich sagen er ist nicht im lande weil ich es noch nicht hinzugefügt hat hatte ich vor kam auch noch nicht dazu ich kam vor und von arbeit habe mir kurz was zu essen gemacht habe das gefüttert hat den stream gestartet und gestern saß ich bis 22 uhr dran und habe hier die einstellung übernommen für den 2 pc nö tue ich nicht ich habe halt wirklich bloß am wochenende zeit viel in den einstellungen zu arbeiten weil ich mich da schon konzentrieren will beziehungsweise ordentlich machen will und ich auch lust dazu brauche es ist einfach so hinzurotzen will ich nicht da habe ich meinen eigenen qualitätsanspruch klar das verdient nein verdient hat das auf alle fälle genauso wie möglich ihr habt auf alle fälle verdient aber ich kann halt noch nicht dazu na klar ist dass hier wieder zugewachsen da habe ich ja gesagt unwirklich ich bin ja wirklich schon sehr sehr lange dabei mein bäcker ist gestellt aber für die arbeit warum stellst du denn wecker wegen zahnarzt oder weswegen dann hoffe ich dass sie schnell vorbei sind damit du wieder fest zubeißen kannst damit sie am nächsten tag immer noch fest zubeißen können da ist klar heute eine kaffee brunnig ja sind geschenk morgen noch keine quest Der Fini hat zu viele Süßigkeiten gegessen und zu wenig Zähne geputzt. So einfach ist das. Also hört gut zu, kleine Kinder, immer schön Zähne putzen nach dem Essen. Und nicht so viele Süßigkeiten reichen, wie der Sam das immer so macht. Nämlich nicht gesund. Aua, das klingt nicht schön. Das klingt wirklich nicht schön. Möchtest du das haben? Gold in Karibone, ja. Oh, Aeris Quest, geht weiter. Hey Rolle, vielleicht läuft es doch nicht so gut, wie ich gehofft hatte. Klar, die Leute kommen vorbei und werfen hin und wieder einen Blick auf die paar Sachen. Aber wirklich verkauft habe ich nichts. Woran könnte das nur liegen? Sind die Aussagen nicht stylisch genug? Ich denke, dein Angebot könnte etwas mehr Abwechslung vertragen. Abwechslung? Meinst du damit mehr unterschiedliche Kleidungsstile? Hm. Hey, das ist keine schlechte Idee. Wir könnten mehr T-Shirts mit Käfermotiven verkaufen. Und nein, das wurde aber nicht gemeint. Oh, du meinst ganz andere Kleidung verkaufen? Hm. Ich, ähm, vielleicht. Okay, ich glaube zwar nicht, dass irgendjemand etwas anderes wollen würde, aber ein Versuch ist es wert. Dann sollten wir langsam ein paar neue Outfits entwerfen. Komm doch morgen wieder. Bis dahin hatte ich genug Zeit darüber nachzudenken. Okay. Bis morgen, Eris. Gucken wir mal zu Formi. Ja, also das ist kein schönes Gefühl, finde ich. Das ist... Das ist... Yep. Okay, Formi will noch nicht. Wer fehlt noch? Es fehlt noch Jamie. Es fehlt noch Max. Und Kirana. Ja. Max ist hier. Das ist ja gut. Ja, ja. Wir sollten viel öfters... Bitteschön. Ja, für die Stadtkette. Okay, wir werden immer noch nicht mit uns reden. Jamie. So. Okay, hier haben wir noch nicht. Roman. Und welche Gerüchte? Keine Gerüchte. Wer fehlt noch? Kirana nur noch, ne? So. Wir wollten dann übrigens kochen, wollte ich mal festhalten. Das hatten wir auch noch auf dem Schirm. Wir müssen wieder Sachen kochen. Oh ne, Kirana ist mir zu weit weg. Wir haben jetzt hier die Eris-Crest. Dann werden wir uns im Eris erstmal kümmern. Und in der Zwischenzeit kochen wir mal was Schönes. Mit die Drachenkonfitüre. Eine Drachenfrucht schneiden. Dann ist das bestimmt mit Zucker kochen, nehme ich an, ne? Hat heute bei meinem anderen Zaun als angerufen, dass ich Schmerzen habe. Der sagt sie mir, der kann kommen zum Montag vorbei. Nur ist doch nett. Das ist doch freundlich. So. Drachenfruchtkuchen. Wir brauchen Butter. Salz. Einfaches Mehl. Weißer Zucker. Das wird alles gemischt. Und in der Zwischenzeit kann man bestimmt noch mal eine Drachenfrucht kommen. Knallen. Kombinieren. Ey! Vier Tage mit Schmerzen ist keinem nur mir gefallen. Wieso sollte es mir gefallen? Das ist ja unverfroren. Das ist ja unverfroren. So. Drachenfruchtkuchen. Äh, Kuchen. Genau. So. Was haben wir noch? Da ist D sogar schon fertig. Da geht es schon mit E weiter. Einfacher Salat. Tomate. Ja. Gut. Da hört das Problem schon auf. Murke und Kohl. Das können wir auch schon mal schneiden. Warte mal. Murke. Kohl. Ich kriege das mal hier dazwischen. Und dann brauchen wir erstmal Tomaten. Können wir mal ein paar Tomaten bestellen? Wir haben keine Tomaten jemals angepflanzt. Haben wir nie gemacht. Das war Ironie, oder? Das hast du mitbekommen, dass das Ironie war, oder? Also ich gehe von davon aus, dass du das mitbekommen hast, dass das Ironie war. Bei Ice Cream haben wir schon mal hergestellt. Das brauche ich jetzt nicht. Erdbeer-Blaubeer-Smoothie machen wir jetzt. Wir brauchen nur unsere Erdbeeren. Aber keine Erdbeeren. Erdbeeren. Blaubeeren. Melch. Oh Gott. Mischen. Wir müssen ja alles einmal herstellen, mindestens. Ja, ja, jetzt fühlst du wieder, dass du das weißt. Ist klar. So, Erdbeer-Blaubeer-Smoothie haben wir schon. Weißer Zucker, Erdbeeren kochen. Mimimimi. Ja, ist so. Da haben wir noch einen Erdbeeren-Kuchen. Butter. Salz. Einfaches Mehl. Weißer Zucker. Weißer Zucker. Bestimmt. Erdbeeren schnudeln. Lege er den ganzen drauf. Da freust dich drauf, wenn die Pille wirkt und du endlich zum Zaunerskampf kommst. Soll ich morgen mitkommen für die fixen Hähnchen halten? Ach soll ich morgen mitkommen? Okay. Ich glaub das schafft da Fimi schon alleine, oder? Meinst du nicht auch? Okay. Okay, da sind wir sogar schon mit E durch. Das machen wir dann am nächsten Tag, weil das andere wird jetzt hier gehen. Das ist ein bisschen viel, da müssen wir trocken und das machen. Dann gehen wir erstmal schlafen und am nächsten Tag jetzt weiter, dann haben wir unsere Tomaten. Aber schlafen können wir oben. Dann kommen wir schon nochmal auf den einfachen Salat schalten. Das werden wir noch machen müssen, bevor wir dann zu Aeris gehen mit ihrer Quest erfüllen. Na, die Betäubung ist doch im Gesicht. Bist du ja nicht vom Körper her betäubt, du würdest wahrscheinlich bloß deine Betäubung im Gesicht haben. Ich mach schnell das, damit was weg kann. Damit ist der einfache Salat nicht. Gut, jetzt gehen wir zu dem Tier. Und dann gehen wir uns an. Das habe ich noch mal von Alba geworfen. Und dann schauen wir uns an. Das ist ваш, der will curric, wenn du nicht mehr so gehen und dann dich dran wirt. Prophäre ein Barschack. Perfären die Ab physicians haben. Nachmittags sind die Ab малень, sondern die Abendung wird aus den Einhängigen. Gäuertal der Arbeit. Und das hat dann in der Gebetäubung. Ihr habt ja schon wieder die Schüssel hier leer gemacht. Soll ich dich auch melken, Hanna? Roter Rakete, roter Rakete. Äh, dann nicht. Aber hat er nicht vorhin was von der Spritze geschrieben? Aber ja, wenn er läuft, ist es ja egal. Wie ist das? Da war was mit der Spritze. Ich wohne in der Stadt. Bei mir sind es 10 Minuten zu Fuß zusammen. Dafür ist mein Aufenthalt beim Zaun-Artsmeister so 5 Minuten lang. Das ist wieder der andere Umvorteil. So, hier wächst alles schön. Toll. So, hier in der Stadt bau. Und jetzt können wir in der Hand Hannsley noch mal rutsen, bis zu dem Youtuss. Oh mein, das ist ja. Ich bin so 됐 worden. Du bist Privatpatient, also ich bin keiner, wenn du das einspielen möchtest. Warum sollte ich ein Privatpatient sein? Merkst du, sind wir beide keiner? Wir haben 112 Kräuter, dann hol ich noch ein paar Kästen. Wusste gar nicht, dass wir schon wieder so viele rumliegen haben. Für Sternkristaller. Gehen wir mal zu Elvis. War die noch zuhause? Genau Rolle, ich hab's! Wird du für mich diese Prototypen herstellen, die ich entworfen habe? Einige Herren könnten allerdings etwas schwieriger zu besorgen sein. Wenn du alle Portalinseln durchkämmst, solltest du alles bekommen. Ähm, ist das dein Ernst? Sie möchte, dass wir lernen, Nietenjacke, Nietenhose. Darf ich euch sagen, dass wir Nietenjacke und Nietenhose anhaben? Was also bedeutet, die hat einfach meinen Style geklaut und will das jetzt vermarkten? Das ist ja eine Schweinerei. Meinen coolen Style verarbeitet ihr einfach. Ne, das mit keiner Wartezeit ist einfach, du machst deinen Termin. Und mein Zahnarzt kommt. Da sitzt der zwei, drei Minuten drinnen. Im Wartezimmer, dann kommt schon, ja, kommst du bitte. Da geht's rein. Der schaut sich das zwei Minuten an. Und dann sagt er, ja, alles gut, dann bis nächstes Jahr. Tschüss! Das ist einfach nur gut gefleckte Zähne. Ich habe schon ewig nicht mehr bohren lassen müssen bei meinen Zähnen. Ohne, naja gut, ich rufe trotzdem vorher an. Was Phase ist. Ob ich rankommen kann, ob das klappt. So, wir stellen jetzt Nietenjacke her. Brandungsbaumwolle. Na, wo kriegen wir denn wohl Brandungsbaumwolle her? Vielleicht von dem Brandungsteleporter. Haben wir Wassergrub da oben? Ich glaube nicht, ne? Machen wir Wassergrub. Sieht nicht aus, hält sich Wassergrub. Na genau, Sam. Genau, so wird's sein. Guck mal, diese frechen Leute hier am Stream. Ich hatte viel mehr süß. Ja, da gibt's nicht mehr. Ich habe ein paar Tage Zeit. Wir移ri das Team. Du bist der Neuge auf. Wir haben das Team. Du bist der Neuge aufzifft. Wir haben das Team. 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 Wir haben da Kunst. so wasser man 2 Wasserkrüger. Nehmen wir mit runter. Meinst du, dass ich das nicht tue? Brandungsbaumwolle. Wenn du sagst, ich brauche sicher als halber den hier, dann nehme ich den mit. So, dann schauen wir uns mal die Welt noch an. Die werden hier aus dem Abwärtserkanal bekommen. Brandungsbaumwolle. Das war so interessant, wie das abgegrenzt ist. Die nehmen natürlich alles mit, wenn wir was haben. Wo ist denn jetzt lang? Ich komme da niemals hoch. Vermutlich. Oh, guck mal, ich komme da hoch. Hätte ich jetzt nicht angenommen. Brandungsbaumwollstänge. Brandungsbaumwolle. Dann braucht man doch die Teleporter oder Fernwärtserkanal nicht. Und praktisch. Okay. Okay. Gut. Dann bringen wir das hier runter zur Wolle. Tun wir das mit hin. Wir brauchen zwei Wolle. Zwei blaue. Zwei gelbe. Vier Brandungswolle. Und vor allem eine schwirrende Hose, die beschworen wird. Nietenhose. Und Nietenjacke. Bei ihm klaut ihr einfach meinen Style. Ich glaube es ja wohl. Dann bringen wir ein 뭐� ... ... ... Das war's für heute. Na, Schubi, der Drucker. Jeder kennt doch Schubi, den Drucker. Also, ich weiß nicht, was ihr für Probleme habt. Schubi, der Drucker. Auch noch so ein alter Laserjet. Oh, ich hätte nicht gedacht, dieser Kleidung sieht so gut aussehen würde. Ja, er sieht, du siehst es an mir, natürlich sieht er gut aus. Ist ja klar. Das könnte vielleicht funktionieren. Wenn ich jetzt nur noch ein wenig mehr Platz hätte, um meine Wahn auszulegen. Bitte. Bitte. Das war's dann, ganz ehrlich. Wahrscheinlich. Du musst nur einen davon herstellen und am Wahn platzieren, damit wir genug Platz haben. Na klar. Also, ich rate, das ist hier eine neue Aufgabe dazu. Stufe 2. Verkaufsstände. Genau. Erinnerung, mach's auch nicht. Lohnt sich nicht. Lohnt sich wirklich nicht, die zu lesen. So, edles Hartholz, Bauholz, edles Mammutbauholz. Okay, das ist ja schon wieder schwer. So, mal gucken, haben wir's denn. Das hat man nur separat hergestellt, ne? Edles. Bauchholz und rohhartholz. Bauholz. Und rohhartholz. 15, 15. Wie viel Bauholz wollte der? Der sechste. Sam hier ist aber viel unterhaltsamer. So, und das. Mammutholz bestimmt dasselbe, ja? Genau, 15, Mammut. Und sechs davon. Äh, Samstag vorher ist ganz normal. Ich schau die Sendung nicht so, ich stehe mit der, äh, mit der Person. In keinerlei Verbindung ist. Schade, dass die Person verstorben ist. Das ist gar keine Frage, die Trauer ist groß. Aber, ich hab mit der Person nichts zu tun. Muss ich's nur so sagen. So, sechs Nähle. Ich kommst mich total, was, wir machen. Dann kommst das, ja? so was achso wahrscheinlich fällt das hier noch da aus das ist perfekt rolle hoffentlich können wir dadurch mehr verkaufen ich muss mein geschäft weiter ausbauen ich möchte dass alles sich überall überall frei ausleben kann unordentlicher tisch du hast mir eine große hilferolle ich hoffe du kommst mal vorbei um etwas zu kaufen das ist auch nicht deine aufgabe kauf was nein also die klamotten verkaufen die haben wir ja schon die tragen wir gerade geld bringt ja auch nicht ein ok würde ich sagen gehen wir noch mal ein bisschen kochen und am nächsten tag quatsch mal wieder mit jemanden gebackene kartoffeln mild käse die haben wir schon ne oder doch das was hier immer das muss man machen reis mit ei zwiebeln also mir reis überhaupt da mir gar nicht noch gar kein reis ok dann machen reis beim nächsten mal gebratenes eiga da wollen die gemüse einkocht machen wir das halt wo ist der gemüse eintopf so rotter zwiebeln kartoffeln alles hacken und mission Dann wahrscheinlich kochen. Einer, man kann auch downgraden, wenn man so angemerkt. Das war schon der Gemüseeintopf. Rohe Kartoffeln einfach zusammen geschmissen. Okay. So, Gemüsesuppe. Rotten, Zwiebeln, Kartoffeln. Toffeln. Oder sich einfach mit dem Upgrade zurückhalten, bevor es nach oben geht, warten bis es ein bisschen MP fähig ist. Dann können wir auch wieder öfters miteinander zusammenfahren. Anstatt die zweimal, bis wieder ein neues Update rauskommt. Dann kommt jetzt hier nicht genau dasselbe raus. Jetzt nehme ich den Gemüseeintopf und für mich eine Menge mit Milch. Hättest du auch sagen können. So, die erste Summe, die wir wahrscheinlich gekocht haben. Okay. Reis mit Garnele, Reis mit Ei. Das müssen wir auch machen. Okay. Also das ist das nächste. Reis mit Ei. Müssen wir warten, bis der Reis da ist. Ach, da ist doch Reis. Warte, einmal Reis haben wir noch. Zwiebel. Zwiebel. Ja, jetzt muss das alles braten. Ach, dieses Autobraten. Manchmal geht das halt einfach nicht. Hier ist keine Mauer. Da möchte ich leider enttäuschen. Okay. Dann haben wir das. Dann haben wir jetzt noch gebraten Reis mit Garnela. Dann kann man schon sagen, Garnele, Salz, Zwiebel. Was muss dann gebraten werden? Dann muss ich noch den Reis dazu tun, wenn der da ist. Okay. Wir haben aber erst aufgeschlafen. Und dann am nächsten Tag. Und dann ist... Ich sage, wir müssen ja alles mal hergestellt haben. Wir arbeiten uns durch. Ach, wir haben unsere Klickskisten gar nicht geöffnet. Fällen wir gerade auf. Wir haben die Klickskisten. Ach, das ist Kochen. Mensch. Das sagt mir aber auch nichts, dass es falsch ist. Wart mal Reis mit Garnelen. Wir hatten den schon mal zumindest. Aber... Keine Ahnung, ob wir den brauchten. Okay. Dann ist das raus. Damit müssen wir mit G auch durch sein. Dum 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 dum. Ne, Gemüse, Kuchen fehlt noch. Den müssen wir noch machen. Aber erst nachher erst mal Tiere. Die Tiere gehen erst mal vor. Da ist drum und dran. Und dann müssen wir auch gucken, dass wir noch ein bisschen was anleveln können, dass wir wieder jemanden Quatsch anquatschen. Ob die uns was zu leveln geben möchten. Eine Wolkenschlange in die Luft bauen. Wie war das mit Größenwahnsinnig und sowas? Merkt mal, das kommt nicht von mir, die Ideen. Das kommt alles von euch. Okay. Okay, halt das wieder hin tun. Muss ich jetzt nicht mitnehmen. Ja, kannst ja gerne machen, wenn du dann spielst, kannst du alle Häuser im asiatischen Stil bauen. Ist ja vollkommen legitim. Kannst ja mal. Ich glaube nicht. Dass ich das tun werde. Also es könnte vielleicht sein, dass ich dann, wenn wir mit dem Spiel durch sind und ich Bock habe, hier ein bisschen was spiele, ein bisschen was baue, außerhalb vom Stream. Und wir schalten dann irgendwann mal in den Stream rein und dann zeige ich mal, was wir alles so gebaut haben zwischenzeitlich. Weil es ja keine Quests gab. Wenn es wieder Quests gibt, sieht es anders aus. Dann können wir dem gerne wieder nachgehen oder so. Sehe ich da jetzt aktuell keine... Unbedingte Veranlassung hier war es groß umzubauen. Mir gefallen die Häuser so, wie sie geworden sind, eigentlich sehr, sehr gut. Kirana noch in der Nähe, ne, die ist schon wieder mal stolz. Gut, wir gehen trotzdem erstmal zur Kirana. Oder warte mal, die kommt wieder vor. Da gehen wir erstmal zu Ria. Die ist noch nicht ganz so weit weg. Geh mal zu Ria. Und wenn du ein Questgeber wärst, was dann? Du weißt schon, manche Quests muss man nicht bearbeiten. Punkto Questgeber. Es gibt hier ein Spiel, sowas. Ich weiß jetzt nicht, ob der Name richtig ist. MMO Tycoon oder sowas. Wo man sein eigenes MMO bauen muss. Und was haltet man hier davon? Eigene Quests bauen. Gegenden grafisch gestalten. Spiele anlocken. Preise festlegen. Und immer mehr erweitern, erweitern, erweitern. Das hatte ich mir nämlich auch schon mal angeguckt. Oje. Unigri. Wer kann ich was herstellen? Möchtest du das haben? Okay, sie möchte gerne Unigri. Da muss man das reinschieben irgendwie. Mal gucken. Okay, euer Schweigen deutlich so, als fändet ihr es nicht so gut. Okay. Für mir würde man alles und nichts bauen. Nee, ist ja egal, ob man alles und nichts bauen. Nee, der will noch nicht. Nee, du schaust von oben auf eine Welt und legst da fest, wo welche Häuser sind, wo welche Quests sind. Und dann läuft das so. Gucken wir kurz hier oben lang. Nee, hier ist nix. So, Unigri, mal ganz kurz gucken nach Unigri. Oh, mir ist echt warm, es ist nicht normal, 32 Grad mittlerweile. Was, kombinieren? Boch der Reis. Ach, Seetank wird. Ich hab keinen Seetank. Tut mir leid, ich hab keinen Seetank. So, dann müsste ich erst angeln gehen danach und da hab ich keinen Bock drauf. Dann hat's ja Pech. Also, Unigri müssen wir auf alle Fälle noch herstellen, das weiß ich. Jetzt tun wir mal nach da oben. Und ansonsten sind wir beim Gemüsekuchen stehen geblieben. Ach nee, deswegen war das hier oben, was er hört. Ach, hier rein, da kommt unsere Gegend, das ist sehr praktisch. Ja. Robin von Wandelungstank, die haben wir glaube ich noch nicht. Der ist neu. Oder? Ja. Das kommt noch mit, äh, wer fehlt jetzt noch? Jamie hatten wir. Bia hatten wir, ich komm jetzt wie gesagt nicht an Seetank ran. Warum gibt's denn hier auch keinen Fischhändler, der einfach mal Fisch verkauft? Weil der mal Lebensmittel und so verkauft, das wär praktisch. Was hast du hier halt keinen? Der hat mal ein bisschen Fisch. Echt keiner nötig. Da muss ich ja zwangsläufig angeln gehen, damit ich diesen Seetank ran kriege. Wer fehlt jetzt noch? Max hatten wir ja, es fehlt jetzt glaube ich nur noch Ares, ne? Ja. Und Formfen, Ares und Formfen. Was, Bienenkönigin oder Honig? Die mag Honig. Kann sie auch Honig kriegen, das ist ja kein Problem in Formfen. Körbissamen, Dankeschön. Haben wieder ein Trittan zu Taten vollbracht. Okay, hier kommen wir auch nicht weiter. Das Einzige, was wir jetzt machen könnten, wäre nochmal kurz. Gucken, ob wir auch was angeln können. Und der Hoffnung, dass wir eine Alde finden. Oder was braucht wir Alde? Seetank. Die Frage ist, Seetank finde ich doch bestimmt nicht am Wasser, oder? So nicht hier im Fluss, sondern eher im Bach, sondern eher im Meer. Ja, aber ein bisschen mehr ist es immer soweit. Jetzt kann ich jetzt ganz schön. Okay, jetzt! Das ist eine Maschine. Ich weiß nicht, was es ist. Und, woher ich mich immer muss? Ich weiß nicht, was wir eigentlich nicht machen können. Ich weiß nicht, wie wir, wenn wir uns machen hier sind, und wir uns machen, dann sind wir. Komm gib mir Seetan, wie gesagt ich glaub nicht dass ich den hier drin finde Und weil man sowas nicht mehr bestellen kann, obwohl es zu viel Essen notwendig ist, verstehe ich nicht. 10% 4% 5% 5% 6% es ist noch einmal man hat zu pech irgendwie müssen wir dann seetan rankommen weil wir sollen ja jetzt essen einmal kochen unigiri ist ja wahrscheinlich ein normales essen hab jetzt keinen bock hier ewig zu fischen ich mag das fischen bin ich immer so öde und nervig aber in fast jedem spiel ist das so liegt ja auch daran dass das in real life genauso aber wir können mal hier noch auspacken der rosa kann weg weg kann auch weg raumstuhl der fehler wir haben das letzte bild und damit haben wir alle bilder und damit haben wir alle punkte für warlands enzyklopadie klopadie ja enzyklopadie zusammen müssen wir mal gucken wo das hinhängt und dann noch platz dafür muss auch gut zur geltung kommt hier ist nichts der sonne nicht holen bist du hier holen kommt gerade mit dem reden hatte ja noch was für uns dadurch dass wir alles gewonnen haben ja es gibt also nichts besonderes dafür pavillon dach mitte wie gesagt wenn man wüsste wie das ding aussehen soll zum schluss könnte man das dann liebkuchen zahlen langes kurs wird schau halb tisch koppels hier hatte die schrift und haben wir schon also lats springt los ist ja ganz groß auf den habe ich gerade gespart eigentlich das ist jetzt natürlich noch genialer das ist jetzt natürlich äußerst praktisch okay also das behalten das ist jetzt einfach die 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Und ich hier daneben dann die Kürbisse und sowas pflanzen wollte, Melonen und Kürbisse Der gelbe Trank Gemixertrank, gelber Trank Ok Ich probiere nochmal den Gemüsekuchen noch schnell Gute den noch haben Butter Salz Einfaches wie Weißer Zucker Hm Hebel Karate Bestimmt am kombinieren Könnte ich mir so vorstellen Achso, wir müssen das erstmal mischen Der wieder das sehen wir von da oben Dann Gemüsekuchen Ich will den Gemüsekuchen essen Lass den da drinnen Mach den Deckel zu Dankeschön Und damit müsste G auch erledigt sein Dann geht's mit Haar weiter Haben wir Hafer überhaupt? Hafer haben wir auch nicht, können wir bestellen Gemüsekuchen Dann bestellen wir mal Hafer Dann bestellen wir mal Hafer Und gehen schlafen Rheem hat uns ein Geschenk gebraucht So Hopp Letzt uns immer noch nichts zu sagen Schade, ich hätte mich gefreut, wenn es hier noch eine Belohnung geben wäre Wenn wir alle Artefakte gesammelt hätten Dannfilm dich bei sterben sare sperr Scheb in Okay. So, noch was? Nö. Okay. Gut. Jetzt müssten ja große Kami wieder fertig sein, so wie es scheint. Okay. Bin schon mal schön gewachsen. No Sero Nests. Okay. 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 Das war's für heute. Das wird bestimmt ganz schick aus, weil hier die ganzen Bäume nachgezogen sind und nachgewachsen sind. Und wir dann hier noch ein paar andere Früchte nebenbei ernten können. Aber ich denke, heute wird es nicht mehr so lang gehen. Wir haben jetzt auch schon gleich vier Stunden gespielt. Und ich brauche unbedingt eine Abkühlung. Ich weiß nicht, ob man das sieht im Film, aber mir ist doch ganz schön warm. Was wolltest du haben? Das ist ja kein Problem. Red Hammer kann ich dir sofort besorgen, meine Kleine. Oh nein. Davon kann man nie genug kommen. Naja, jetzt sehe ich anders. Mit zehntausenden Hühnern. Irgendwann ist auch mal gut. Einfach rigoros zurückgeschenkt. So, haben wir die Quest schon mal erfüllt. Keine Gerüchte, okay. Fernstoppen. Hinten bei Celine. Max, was ist mit dir los? Oh, Max hat eine neue Quest. Schön, dich zu sehen Rolle. Aber ich habe leider keine gute Nachrichten. Trotz unserer Bemühungen war das Festival leider doch kein so großer Erfolg wie erhofft. Es war mäßig Erfolge, aber halt nicht umwerfend. Und nicht annähernd genug, um mein neues Büro zu finanzieren. Wir müssen Investoren mit dicken Brieftaschen anlocken. Leute, die das Potenzial der Insel erkennen. Auch wenn der historische Tourismus zwar der Grund für meine letzte Liebäugeln, mit dem Ruhestand war, müssen wir es wohl leider noch einmal... Vielleicht könntest du eine künstlerische Arter etwas ausleben und zwei historische Statuen herstellen. Sollten Figuren von Personen sein, die die Insel zu dem gemacht haben, was sie heute ist. Wenn du fertig bist, stell sie in die Stadt auf und kennzeichst sie mit Hilfe der Plaketten. Ja, wenn das das ist, weiß ich, was ich denke, was wir herstellen sollen, oder? Leimige Statue, Farmer-Statue. Farmer-Statue haben wir ja schon. Die brauchen wir nicht herstellen, die können wir da einfach draufsetzen. Aber eine Schleimiger? Das ist Plakette für Farmer und das Plakette für Schleimiger. Die Farmer-Statue haben wir da, das brauche ich jetzt nicht großartig herstellen. Und noch mal. Und noch mal. Und noch mal. Ach, das ist Gold, eine Farmer-Statue. Das ist Gold, eine Farmer-Statue. Das ist die Farmer-Statue und das ist die Schleimiger-Statue. Für sechs Gelb-Blütenblätter. Auch eine Hefe. Wie ich das jetzt schon wieder sehe, Hefe. 15 Rohsteine. Sirup habe ich bestimmt, aber Hefe. Das ist zwei Sirup, zwei Hefe. Mal gucken, Sirup habe ich glaube, wird da. Aber Hefe. Können wir nur hoffen, dass Leihfächer es da hat. Oder warte mal. Ach komm, was soll's. Das ist eine Farmer-Statue. Ich bin doch von doch. vor allem damit ich sehen werf woran das gemacht hat der erfahrungsstatut ist auf uns wahrscheinlich hindeuten klar wer ist die schleimiger ach so weil er sich einschleimt oder was ach so rum das ist wieder drauf gestellt du musst dahinter stehen ok dann machen wir das anders oder noch mehr hier ja müssen der zu sein leben und dann ist gleich hoch es ist nicht an der richtigen stadt das ist direkt wo es max muss max machten der da hinten max ist gebaut was hast du noch im herzen ausgezeichnet einfach atembraunen mir wurde aus verlässlicher quell mitgeteilt dass auch schon die ersten touristen eingetroffen vielleicht könntest du dich ja mit ihnen unterhalten und sie zu ihrer meinung befragen es könnte von unschätzbarem wert sein um sie uns ihre investieren zu sichern zwei touristen übermutiger tourist sie an sie an ein einheimischer wie hältst du es hier nur aus es ist so provinziell und diese statuen hier sind irgendwie fehl am platz ich kann dort was meine meinung zu start also es ist recht natürlich aber die statuen scheinen nicht passend zu sein ich weiß nicht ob ich noch einmal wieder kommen würde max deine idee war schön sie sie waren nicht zufrieden die statuen waren nicht gut genug es tut mir leid heute einschalten habe ich deine zeit verschwendet aber willst du es vielleicht noch einmal versuchen vielleicht funktioniert es ja wenn wir die statuen wenn wir die richtigen statuen haben und auch ein klein wenig glück vielleicht zeigt dann jemand mehr interessanter in unserer stadt dann nochmal der kasselspaß ach das ist die abstrakte strata ok die kann ich schon klauen die welche steht die können wir bei oscar die klauen wir mit dem aus dem kunststück die brauchen wir ja da nicht so sechs rote sechs grüne sechs klärung 15 rohsteine 5 Bon Abstrakt Max ist zu hause Okay, hier ist noch ein Sternstäbchen. Gehst du die beiden sofort zu entfernen, bevor du mit der neuen Entwicklung beginnst. Sie waren anscheinend bei den Besuchern kein großer Erfolg. Okay, die müssen noch weg. Ich dachte, wir lassen die alle stehen. Ich hätte sie stehen lassen. Gute Arbeitrolle, jetzt können wir nun noch hoffen, ich schlage vor, dass du uns für unseren Turnisten die Stadt gefällt. Vielleicht könnten wir ihn ja zurückholen. Okay, wo sind unsere beiden Touris? Ein Farmfan. Cleverer Tourist. Hey, bist du einer der Ereinheimischen hier? Ich liebe die Kunstwerke. Ich liebe, liebe, liebe sie. Was kannst du mir über den Ort sagen? Gute Wellen, schöne Strände. Könntest du mir hier eines Tages ein tolles Versort bauen? Du verstehst? Ist dir das hier eigentlich so das Essen? Könntest du mir etwas Leckeres auf den Tisch zaubern? Ich hätte gern einen schönen Salat. Kannst du den Salat holen oder was? Die Statuen könnte man dann theoretisch auch ins Museum stellen, möchte ich mal. Wäre jedenfalls optional möglich. Wir haben hier vorne erst einen Salat gemacht, das ist ja kein Problem. Dann können wir den einfach klein mit. Da gibt es nochmal einen richtigen Salat. Hab ich nicht. Hm, gar nicht schlecht. Ich kann hier heilende Bio-Height praktisch schmecken. Du gefällst mir drauf. Wir können glaube ich Freunde werden. Das Dorf ist auch gar nicht so schlecht. Man müsste nur hier und da ein paar Gebäude abreißen. Und dann baut man hier ein nettes Bürogebäude aus Stahl und Glas und ein Ressort. Wir können das Geschäft ankurbeln und schreiben. Ich schreibe mir das kurz auf. Was? Vielleicht sehen wir uns ja, wenn ich das nächste Mal wieder am Lande bin. Ich glaube das ist nicht das, was Max haben wollte. Geht wohl ein wenig zu weit, würde ich sagen. Hä? Hä? Jetzt haben wir vorbei gerannt. Ja, was machen wir sofort. Rolle. Wunderbare Neuigkeiten. Wir haben einen Investor gefunden. Entschuldigung. Entschuldigung. In einem Einzug. Resorts, Gläser und Büros. Wunderbare Wald. Redest du? Allem anscheinend nach befand sich ein einiger Historiker statt, als du die historischen Denkmale aufgestellt hast. Er erkannte sofort die Ähnlichkeit und ihm wurde klar, dass die Insel eine zentrale Rolle in einem antiken Krieg gespielt hat. Oder so. Auf jeden Fall erhalten wir jetzt einen Status 1 Weltkulturerbes. Ist das nicht unglaublich? Fantastische Arbeitrolle. Ohne dich hätte ich das nie geschafft. Du hast praktisch die ganze Stadt gerettet oder zumindest in ihrer Finanzierung. Das reicht zwar überhaupt nicht aus, um dir zurückzuzahlen, was du für uns getan hast. Aber vielleicht hättest du dir gerne die Ehre, die Gedenktafel aufzustellen. Oder nicht? Auch kein Problem. Ich überlasse es dir. Wir haben eine Gedenktafel. Die hängen wir hier hin. Heute wieder bis 22 Uhr. Ehrlich gesagt wollte ich jetzt aufhören. Ich wollte jetzt noch schlafen gehen. Wir haben jetzt noch Max seine Quest erfüllt. Und dann müsste das soweit passen. Okay. Aber ich gucke nochmal kurz hier. Hier waren wir Klöcke stehen geblieben bei... Reis mit Garnelen, ne? Das hat man noch nicht gemacht, oder? Doch Reis mit Garnelen hatten wir gemacht. Haben wir vorbereitet. H vorbei. Das war das nächste. H. 22 ist schon gut. Ja, wie gesagt, aber 22 heute nicht. Also ich bin sowas von fertig, weil das hier so heiß drin ist. Das ist nicht schön. Glaub mir, das ist wirklich... Bäh. Und für morgen gucke ich mal. Wenn ihr sagt Rennspiel, flampe ich da ja was da, ne? So. Dann. Zum Hauptmeni würde ich sagen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.